Oder Kinderschnitzel. Kinderschnitzel ist gut. Mit Pommes. Oder Bratkartoffeln. Oder Micky-Maus-Kinderkörsewurst. Mit Pommes. All righty, ha? Kein Teilhub. Kein Teilhub. Kein Teilhub, Dick. Kein Teilhub, Dick. Für Stäbchen mit Kartoffeln. Stampfkartoffeln, oder wie? Nur Kartoffeln steht da. Ah. Es heißt Kartoffeln wahrscheinlich. Wir haben Kartoffeln. Obelix, Asterix, Micky-Maus, Käpt'n-Blaubeer. Wie weiter bitte? Stimmt. Susi oder Stolchi mit Soße. Plus oder speziell mit Soße. Plus, plus. 2 Euro. Mit was? Mit Soße, oder was? Und Fleisch, oder wie? Oder Schlumpf-Schmaus. Nudeln mit Tomaten. Tringig. Kartoffelschnee mit Spiegeleiern. Kartoffelschnee ist bestimmt Stampfkartoffeln, oder? Ist. Muss mal lesen, was das ist. Pumuckl. 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 Tellerportion. Pommes mit Kretsch. Pumuckl. 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 Pumuckl.